Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2013 Wir sind hier in diesem schönen Tempel Anlagen, die mittlerweile alle abfackeln Und wir erkunden mal so ein bisschen weiter Im letzten paar sind wir aus den Brennen Dinge gekommen, wo alles wieder explodiert und andere Leute mir auf die Fresse geben wollen Hier unten können wir noch lang und da müssten wir vermutlich gleich weiter Gucken wir erstmal was hier schon uns gibt Wir können hier schwimmen auf jeden Fall Komm ich jetzt nicht wieder einfach zurück, wo ich eben schon war Okay, da kommt es raus, ich glaub da soll ich nicht mehr rein Aber würde ich dann überhaupt noch das Pyromanen-Ding machen? Hätte ich hier einen übersehen? Vielleicht wenn ich hier mal zurückkomme, das kann sein Gehirn gibt's noch was Cool, sind doch genug hinzugehen Können wir nochmal hochklettern, sieht doch auch nicht verdächtig aus Können auch ein optionales Grab noch sein, wer weiß Als erster optional Grab, der DLC war komplett nutzlos Weil der hat eigentlich nur so lange gedauert, weil das Spiel verpackt ist Ansonsten hätte ich in einem Part gemacht Also irgendwie in 10 Minuten Also das ist halt wirklich, äh Nicht, äh, ein gutes, äh Naja, auf jeden Fall für Vollpreis nicht um für 70 Cent Für die ist schon ein bisschen frech Aber naja Das wollte ich den Rest noch nicht kaufen Der ist auch nur Multiplayer-Quatsch Ey, ich würd's cooler finden, wenn man Ähm, so zwei Teile von denen gemacht hat Einmal, wo man seinen Fackel anzuhören kann Einmal, wo man es nicht kann, weil Ich find's halt irgendwie blöd, so die ganze Option haben, meinen Fackel anzuhören Weil ich brauch die eigentlich nicht Ich schaff's nicht Okay, ich muss, glaub ich, grad die Leertaste drücken Auf einmal, Rico ist ganz stark Ja, ich hab eigentlich nur grad W gedrückt Hätte man irgendwie cooler machen können, dass man halt noch Irgendwas sinnvolles machen muss und nicht einfach nur W drücken Also, ob man sich manchmal noch sparen können Okay, hat grad jemand geschossen? Ich hoffe nicht auf mich Das sieht nie so gut, doch Au Au Ähm, doch, hast du's immer angeguckt? Der Sender vom Rettungsbot ist da drin Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel Alles im Rucksack Scheiße Du sagst das, komm Kein Geht wohl was ins Lager und ich hol den Quatsch Tu mir das nicht an, du verdammter Mistke Okay Ich muss sagen, die Regentropfen auf meinem Display sehen echt realistisch aus Ich will die ganze Zeit wegfischen Oh, Gott sei Dank erlebt Oh John Verstehe Jetzt muss man wahrscheinlich Wolfi ja Ich muss sagen, erstmal craften gehen gab ja richtig bock drauf. Führen Sie Russ Rucksack. Okay. Immerhin. Dann drück ich mir erstmal drauf und gucken mal skillen können wir nicht. Können wir es verbessern? Ich glaube auch nicht ne? Ich glaube drei Wochen über ziemlich viel mehr. Das haben wir schon gemacht aktuell. Können wir hier mit ihm was tun? Das war 200 alles. Und das hier brauche ich dafür auch erstmal. Okay. Ich würde sagen dann nehme ich ein großes Magazin. Obwohl will ich das überhaupt machen? Ich will die Person nicht so viel benutzen. Ja mal gucken. Wahrscheinlich mache ich es trotzdem. Es regnet hier echt ganz schön viel. Also kannst du hier einfach das Ding hier nochmal nehmen und spannen damit er nicht im Regen liegt? Ich will nicht vorstellen, dass das so gesund ist. Okay. Da ist irgendein komisches Wappen. Komme ich von hier? Vielleicht ist ja keine Ahnung von wo ich komme. Doch müsste hier. Hier habe ich mich rumgeklettert und hier war dann... Hier ist er in der Katze hingelaufen und er hat hier rumgeballert. Ich hätte auch was mal überlassen, wenn wir mit dem mit einem schönen Schoß getötet, den kleinen Wolfie. Ah, da ist ein Flugzeug. Cool. Ich muss sagen, grafisch nicht übertrieben gut. Und ich habe halt unter 60 Frames, geil. Ähm, nicht übertrieben gut. Aber es ist schon in Ordnung. Aber das Setting ist ein bisschen zu dunkel. Also das hätte man irgendwie ein bisschen mehr tropische Insel machen können und nicht halt nur tropisch in seinem Sturm. Weiß ich nicht. Okay, hier kann ich wieder aus dem Wasser gehen. Soll ich das Ding hier mitnehmen? Hält die Fackel überhaupt? Das sind doch schon ziemlich viel Regen. Das ist anscheinend komplett egal. Gut zu wissen. So. Okay, da kann ich ran. Vielleicht kann ich das hier anzucken. Okay, was soll ich da jetzt tun? Ist nicht so sonderlich hilfreich, ne? Ich dachte, ich fackel das damit irgendwie ab. Ähm. Ich glaube, den Sprung schaffe ich nicht. Ist hier irgendwas? Nope. Dann erkunden wir mal ein wenig. Ins Wasser möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich habe da nichts gesehen. Ich würde sagen, ich fackel die ganzen Dinger hier irgendwie mal ab. Ich könnte die Hühnchen töten. Und guck mal, was das bringt. Oh. Mein Geocache. Im Bergdorf. Um 15. Warum sind hier echt die Hühnchen noch? Was mit dir? Bist du relevant? Und anscheinend nicht. Ich will erstmal den Boden angucken. Welches ist mir hier oben lang? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, das ist auch irrelevant. Ich habe mir einen Fackel weggeschmissen dafür. Keine Ahnung. Wenn das hier eine Insel in Yamatai ist, vermute ich mal, dass sie dazugehörten. Warum sollten wir nicht dazugehören? Bringt mir das Bergungsloot? Oh ja, 5. Komm mal, 5 Bergung. Hey. Super. Am nächsten Spiel gönnt mir wieder nichts. Hallo, 5 Bergungsgut. Sogar 8? Was. Das sind ja richtig 4. Sorry, Hühnchen. Dann müsstet ihr alle sterben. Spawnt hier unbegrenzt nach? Kann ich mich mit den Jakamang vielleicht töten? Ich kann mich mit den Lackermann vielleicht töten. Ich kann mich mit den Lackermann vielleicht töten. Ich kann mich mit den Lackermann vielleicht töten. Das war die wirklich endlos. Todkast ist ziemlich dumm. Nicht wieder... Ich hasse es, dass sie einfach wegfliegen auf einmal. Egal. Also nicht, dass sie wegfliegen, so im Sinne, dass das halt die Hühnchen aktiv machen, sondern dass sie einfach wegbletschen. Im Boden. Mehr. Es geht. Das ist ja lustig. Oh Gott ey. Gibt es denn noch nicht von euch? Also man kann mit F so einen kleinen Nachgang aufmachen, dann muss man einfach hin. Na ja. Ich kann ja auch laufen, ne? Ich kann nur so hin sliden. Punkt. So kann man sich aus dem Bergungsblut machen. Aber das kann ich wahrscheinlich abfackeln, ne? Habe ich ja nicht alles angeguckt mittlerweile. Aber ich glaube nicht. Da war ich gerade drin. Hier war ich... Nicht drin. Hier ran springen und was damit tun? Oh ja, das sind einfach so Schwingenstangen. So wie in den Albtorbellern. Hier kann ich wieder hoch, wenn ich das wollen würde. Hier kann ich Sachen abfackeln. Ähm. Okay, puh. Nein, nicht ausweichen. Alles funktioniert. Das funktioniert nicht gut. Okay. Ich glaube, ich kann das immer ganz farmen hier. Und ähm. Das sind wir fertig machen. Äh. Ich wollte das hier abfackeln. Es klappt nicht. Gut, dann kann ich nur was anderes abfackeln. Mit dem Bergungsblut. Genau das hier, ne? Oh, du Mistvieh. Okay, dann... Da muss auch das Ding weg. Ähm. Habe ich jetzt nicht wohnen reingeheatet? Ja, ich glaube schon. Äh, unsere Fackel weg, wenn wir damit eingreifen. Leider. Okay, dann klettern wir mal hier rauf und machen lustige Sachen. Ich hoffe, dass es lustige Sachen sind. Hier gehen wir den Gewoltenweg. Das heißt, ich skippe nicht über die, ne? Okay, ich kann hier hoch. Ja, Pfeile voll schade, aber hier liegt was. Ein Büchlein. Nach zwei Wochen erhielt ich eine Audienz bei ihrer Majestät. Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Ja. Okay. Dann schon ein bisschen her alles. Ähm, da gibt es noch Pfeile. Gibt es hier noch ein Geocache aus Rundlein? Quatsch. Das heißt, der Bergtal war ein relativ kleines Ding. Das kann ich, glaube ich, vielleicht abfackeln irgendwann, aber aktuell noch nichts mehr machen. So wie das hier. Eigentlich alles. Genau, ähm. Und hier ist es ein relativ großes, ähm, größeres Rissgebiet. Kann ich auch schon wieder was abfackeln. Ich gleich muss das auch irgendwie machen, aber aktuell kann ich damit halt mal nichts anfangen, weil aktuell würden wir es mal auch mal machen. So, also, einfach so. Feuer. Nein. Können die Aufwand einfach umzufallen? Was ist denn los mit euch? Ja, das ist halt ein bisschen nervig, dass ihr alles so wie rumgefällt, wenn ich hier ganz normal am Spielen bin. Gibt es mal anders machen können. Okay, da könnte ich... Okay, ich habe mich nicht gesehen. Ich habe hier noch was Funkeln gesehen. Also, den habe ich safe nicht gesehen. Ich habe nur ein Funkeln gesehen. Okay, also merken wir uns, das ist ziemlich blöd. Versteckt alles. So, holen wir noch was zum Abfackeln. Nehmen wir erst mal mit. Äh, Geocache ist, äh, nicht so toll. Ah, das war oben, ne? Genau, hier. Ich glaube, genau das wollte ich hier auch. Oh, es gibt noch ein zweites. Und, äh, das erste, was ich wollte, bleibt es verschollen. Ja, wir können jetzt den Pistorischen Upgrade, du hab' ich ja schon gesagt, aber brauchen wir aktuell noch nicht so ganz. Da können wir noch was abfackeln. Vielleicht kriegen wir später noch Feuerpfeile. Das ist so, weil es sieht so nicht so auszulögen, dass wir von hier aus können. Hab' ich hier gerade noch was Leuchten gesehen? Also, vielleicht die, äh, Lampe nur gewesen. Gehen wir erst mal wieder runter. Und dann, gucken wir, was hier schon was gibt. Also hier, so ein Ding, was ein Brunnen hätte sein können. Da ist jemand gestorben. Könnte der Pilot vielleicht sein. Hier kann jetzt Wasser, aber ich würde wahrscheinlich einfach runterrutschen. Ich könnte hinter den Wasserfall gucken, aber ich glaube, dass es noch was ist. Ich könnte mich hier rumschwingen oder jetzt zurück. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Ich versuche nicht, dass ich dann wieder was anderes denke. Ich dann sterbe. Sehr gut, ich spiele es hier auch. Okay, können wir hoch, sehe ich gerade. Ich spiele es nicht verpackt oder so. Ah, nee, alles super, gar keine Probleme. Okay, da ist, ich sag, wir müssen noch weitergehen aus. Ich will noch kurz gucken. Und das ist einfach der Weg, dass ich da wieder, hochkam, wo ich herkam. Ich meine, ich kam ja von hier, oder? Na, ich glaube, es kann sein, dass ich wirklich einfach nur von da kam. Und da kann ich tatsächlich an die Seilrutsche gehen. Dann hat es der Weg ja übrig und wir gehen weiter. Das habe ich irgendwie erwartet, dass das passiert. Das war es unser Fackel auf jeden Fall. Okay. Dann soll ich wieder neue Tüchen die ich da totrampeln könnte. Dahinten leuchtet irgendwas auf jeden Fall. Okay, mit dir kann ich wirklich nichts machen. Ich verstehe, ich verstehe nicht, wofür die sind. Also, wenn die sowas ins Spiel packen, dann würde ich auch gerne beim ersten Mal treffen, wissen, was das ist. Da würde ich irgendwie ein Gefühl haben, was ich immer machen soll. Einfach kaputt hauen. Einfach nur so der Faust rein prügeln, da sehe ich das. Gutes Spiel. Okay. Noch eine Fackel? Machen wir, glaube ich, auch nicht. Okay. Können wir, also, können wir damit jetzt irgendwie nicht mehr zurück, oder sowas? Das frage ich mich immer bei dem Spiel. Wie das hier funktioniert. Ähm, weil man soll es ja anscheinend, ähm, öfter spielen, also, dass man da mehrmals rein soll. Okay, wir können da reingehen. Wir können aber erstmal da nicht reingehen. Okay, da ist auf jeden Fall was. Ist das ein, ein zusätzliches Grab, oder so ein Quatsch? Ich glaube, hier könnte ich klettern. Das sieht irgendwie so ein Kletterding aus. Ich muss das erstmal ignorieren. Okay, ich muss das erstmal ignorieren. Okay, hier ist so eine Kletterwand, wenn wir hier schon klettern können. Okay, kann man auch nicht. Schade. Und so gar nicht das Grab. Dann wissen wir auf jeden Fall schon, dass wir es bald bekommen, wahrscheinlich, und dass wir dann was anfangen können. Das ist okay, ich kann einfach drum laufen. Dann gehen wir mal kurz zu den Wölfies rein, und sagen wir mal Hallo. Wollen wir nicht lieber wenigstens die Waffe ziehen, oder den Bogen? Also ich hätte gedacht, die beiden... kein großer Fan davon. Weil wir es ja anders gut tun können, das ist natürlich auch noch mit. Okay, hier geht es leider nicht weiter. Hallo? Hallo? Garten E drücken. Okay, jetzt muss ich mir mal das F drücken. Gott, alter Junge. Das ist ganz schön... Oh, guck dir mal, wir sind ganz schön schwierig. Wir haben ihn gerade mit dem Messer abgestochen, wir nehmen uns das Messer anstatt, oder unsere Axt, anstatt einem Pfeil. Hier ist ein Rucksack, den wir nicht aufsetzen, warum auch immer. Ich mein, Lara hat doch vorher auch mal welche Rucksäcke gehabt, da hätte man das so machen können. Ich wollte gerade schon sagen, ey, bitte nicht sterben. So, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der da ein Cutscene kommt, würde ich aber sagen, wir beenden den Part. Ich wünsche euch Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschau.